Für unsere kleinen Zuschauer Ja Nur Ballons Und die faltet er dann, vor allem der Elfe Brauchen wir momentan die QDE? Nein, ne? Nee, die QID brauchen wir nicht Nein, die QDE QID interessiert mich nicht, das ist eine QDE Ist ja ich hunge, ne? Alter, der zerstört einfach alles Nee, das ist doch nix Mann, der macht mich einfach so krank manchmal, ne? Bist du denn auch einfach so? Der ist schlimmer, ne? Vor allem, wie ich gerade vor meinem Körper mit meinen Armen rumgewedelt hab Lass mich, Körper Ich will das nicht Ich hab ein Nein-Gefühl Es ist mein Körper Ich darf auch Nein sagen Ich hab die ganze Zeit so Nein, Körper Ich will mich nicht selber berühren Oh, jetzt werden Zug durch Minecraft Was? Wir werden Zug durch Minecraft Was? Hä? So'n random Zug, der sich selber Strecken baut, oder was? Hm Flash, hast du es auch gehört? Was? Eeeeeuuu Nein Wenn so dunkler Raum ist, von einer maximalen Größe von 3 hoch 3 Ja Okay, verwirrt Äh Wenn da ein schwarzer Raum ist Nein, nix gegen schwarzer oder so Nur gegen Neger Ähm Hm Ähm Ja was, Neger gibt's doch nicht Da sind doch alle maximal Begementierte Gleichberechtigte Bürger Behinderte Maximalbehinderte Ähm 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 Das macht unser Religionslehrer immer Ähm 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 Ja, der macht immer so Ähm Ähm Und das geile ist Der ist ungefähr 50 und hat ne Glatze Ähm Oh mein Gott, der hat ne Glatze Und hat nen Fahrradhelm immer auf Damit man seine Glatze nicht sieht Wirklich? Ja Okay Mit dir flügt Fahrradhelm Lenni ist klein Seitdem ist es schwul Lenni ist ganz so gar nicht cool Komm fiva, geh in die Luft Dankeschön Boom Bitch Get out the way Bitch Ah Yes Yo Guck mal bitte nach äh Wie man den Drachen Wieder spawnen kann Mich Ich kann sowas nicht Ich kann nicht googlen Ich weiß nicht mal wie man das schreibt Juge Was? Jude? Hä? Hallo? Kannst bitte mal aufhören jetzt? Was denn? Ich will solche beschirmen Sachen sagen Oh Mama Mama Ich bin Dede Aber wir beide dann Mama Dede Dede, was spielst du denn jetzt? Erstmal spiel ich jetzt das Steam Spiel weiter An sich selber An sich selber An sich selber spielt er erstmal weiter, ok? Wtf Wtf das fand ich nett Irgendwas hat mich gehauen Gar nichts gemacht? Oder Cent Das war das Ne Ich bin grad erst reingekommen hier wieder Mit Dede Wtf ist doch ganz nett bei dir Nein Ich war's wirklich nicht Nein Ich guck halt ein Video Aber du fliegst um ihn rum oder wie Ja Ah Irgendwie hat mich gehauen Ich hab mich aber nicht gehauen Ich stand grad ganz kurz Oder es war ne Pixie Oder doch Die fliegen bestimmt schon Ich hab mich dagegen War ne Pixie War ne Pixie Ok Black war's Hahaha Black war's Black war's Pixie war's Warum scheißen Pixie Nein, Lenny joined the game Ah Edu 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 Ach Hast du mithaftes Hast du noch Hast du dir gefallen von ihm dem hutagel Du hast wirklich 23 Eliminiert In den nächsten 15 P Select Exterminate Exterminate Töndus möchte noch macer Auf WeichkäsIn weise Ja Exterminate Hey Dr. Weichkeks! Adrien, hast du eigentlich die Folge nachgeguckt? Nein, ich hab's nicht geschafft. Ich bin ein fähig heftiger Mensch! Oh Mann, ihr verwirrt mich grad. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen wollte. Danke. Du musst gleich mal langsam einen Cut machen bei 3 Stunden. Ja, ich mach jetzt mal einen Cut. Cut! Ich mach gleich, wenn ich 3 Stunden hab. Wie viel, 3? Also, in wie viel Minuten? Guck ich mir grad ein Video an. In wie viel Minuten? In wie viel Minuten hast du 3 Stunden? Ähm... Leck, ich hab ein Video gefunden, wo der Typ das macht. Und ich weiß nicht, wie der Video das macht. Soll ich dir das Video schicken? Ja, schick mal. Ich versteh gar nicht, was der da labert. Dann mach das mal. Ich kenn mal von dem Motorrad B. Hey, jetzt weiß ich nicht, was... Jetzt mal ganz ehrlich, was wollte ich hier machen? Hm? Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Schließ mal an. Doch, ich wollte gerade was machen. Ja, du bist behindert, ich weiß. Aber was genau... Hund, was willst du in meinem Zimmer? Hast du kein eigenes Zimmer? Hast du kein eigenes Zimmer? Hast du kein eigenes Zimmer? Also, dass er auch Haare hat, ne? Ja, ja, der hat Haare. Oh, jetzt hast du Scheiße jetzt. Achso, ich wollte das ja noch hier hinladen. Raus auf meinem Schrank! Ich bin verwirrt bei WTF. Guck mich nicht so vorwurfsvoll an. Ich hab dich rausgelassen. Sollten die gar nicht. Achso, du willst mal Schnitzel? Bei dir mein Grab landen. Geh weg! Welcher? Ich will den Schnitzel! Mein Grabstein! Ja, wo, du Affe? Geh weg, sonst mach ich dich zu Schnitzeln! Ja. Welches Grabstein? Welches Grabstein? Welches Grabstein? Geh weg! Geh weg! Ich bin kurz weg! Nein! Nur völlig 18 Minuten und 3 Sekunden! Hä? Achso, du meinst wegen Video. Ja. So Lenny! Bittert heut noch was! Das ist mein Techniker in Ruhe! Der hat Ahnung von irgendwas! Nicht! Ich hab ein TARDIS aufm Kopf, ich hab Ahnung von allem! Ich bin ein Döner! Nein, Entschuldigung! Hat ich assistir Lenny´s Meinung, äh, ändern? Nein! So ist er nicht die Ahnung von allen! Doch! Er hat ASAPTOM KOPF! Ok, gut! Du- du hast ein TARDIS auf dem Kopf. Du hast Ahnung von allem, richtig? Nein! Lenny, hast du das grad behauptet? Frag mich was! Welche mathematischen- äh, GEDÖNZ gehört die Formel 2x0? Die gehört zur mathematischen Formel der Hexakoordinaten des dritten Nimbus. Du weißt, dass Nimbus ein Werkzeug ist, ne? 2x0, das hört sich für mich eher an wie eine jetzt normale lineare Zeugs. Nein, es ist eine exponentielle Formel, die mithilfe der Haarschwein... Kann den jemand bitte rauskicken und dieser Wissens... Bitch! Bitch! Scheiße! Weißt du, sagst, ja, es ist eine... Ja, hauptsache das wissen die alle Leute, ne? Bitch! Ich wollte nur mal herausstellen, dass ich intelligenter bin als Lenny, und er weiß ja anscheinend alles. Warum ein Draconium Evolution Tab? Das hab ich nicht mehr, aber ich gestorben bin! Warum ist das nicht mehr im End? Stimmt, Lenny war im End. Im End bist du auch gestorben auch. Und da steht auch noch ein Grabstein rum. Töten! Töten! Das muss... Lenny, komm mal zum End. Das... Total ist geil. So machen, Centos? Okay. Ich hab ne Zwiebeladen gab, mit den drei Töten. Ja, wenn ich von nebeneinander stehen hab, dann verbinden die sich mit einem Buch komplett. Ich dachte, du machst das jetzt ebenerdig. Jetzt nicht mit den Dingern. Nö. Wo ist jetzt Lenny hin? Wow! Hallo! Wahrscheinlich woanders zurück. Aber das hin... Dann würde ich das hier so, dass das hier ist, Centos machen. Hier. Dass das hier steht. Das jetzt nicht so... Dann sieht das ja ein bisschen blöd aus. Muss ja symmetrisch aussehen. Kannst du die echt nicht im Boden machen? Oh, das war das falsche Lenny! Na, ich kann doch einfach hier ins End gehen. Nein! Kann er auch machen. Man kann durchs Metall springen. Ist das End auch nicht mehr? Oh, Centos hat... Ach, das hat Terminer. Terminieren. Extern... Auslöschen! Löschen! 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 Warum sind hier Wolken? Wolken! Wolken! Wolken... Wolken! Ich hab ein Schiff mit gehoben. Was ist das Ende? Häh? WOLKEN! So, Lenny. Jetzt such mal das Podding. Was ist Feit aller Zeiten? Ok. Hab das ganz lebt für Sie. Lenny, hast du es jetzt gefunden oder nicht? lenni ich habe dann gab hier ok warum ist das lenni wo bist du kommen wir zu den koordinaten x 50 da ist ein grab ja da ist so ein grab und lass doch mal black das leckt gerade so hart bei mir töten 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 wenn hier das ding ist ich kenne doch nicht mal seinen richtigen namen alle klar die den käme ja aber das ist bei der gemma drin ja die gewolle von nazis gegründet ja und adolf Hitler persönlich da klar ist eine ausgebote hölle fein Dede, du weißt ganz genau, dass du nicht schnell klicken kannst an sich. Das haben wir schon festgestellt. Ja und? Trotzdem muss ich gleich klicken hier. Ich muss auf meine Money machen. Damit ich Angebote kriege. Wie spielst du denn gerade? Den Steam Somersale-Game. Gibt ein Steam Somersale-Game? Ja natürlich, da kriegst du immer Angebote, wenn du Meilensteine erreicht hast. Oh, das ist ein Spiel für mich. Wie viel muss man da klicken? Äh, dauerhaft. Wie lange? Solange bis der Mob tot ist, wo du draufkriegst. Und dann musst du upgraden, damit du stärker bist. Okay, das ist ein Spiel für mich. Wie viel Prozente kann man machen? Was? Oder warum ist das Spiel? Kann man da irgendwas gewinnen? Ja, du kannst dann, wenn du Meilensteine erreichst, dann kriegst du halt für den nächsten Tag so bestimmte Angebote freigeschaltet. Okay. Aber du siehst nicht, welches sind vorher. Ist egal. Ich glaube maximal sind es, wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 Stück sind es immer. Okay. Muss man das jeden Tag neu starten, oder? Ja, das startet man jeden Tag neu. Aber du hast vom vorigen Tag so Abzeichen und mit diesen Abzeichen kannst du dir dann, bevor du das Spiel wieder startest, wieder so Sachen kauen. Was? Was mit meiner Maus? Die hört man. Warte auf Spielbeitritt von weiteren Spielern! 761 von 1000! Ja! 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 Aber du heißt Marvin vielleicht. 온ig scheiße Marvin? Kennt ihr das neue wo der kleine Marvin draus pupst? Adrian? Ja! idian! Warte, 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 wird irgendwo einer mal kurz nachgucken. Kann man das? registration일 abst guarantee. Scheiße, Marvin! Was? chest! Oh boy! Load erst mal mehr. 381,1ンダホ. 365ig t82,v files, Was ist das denn für ein Trailer, bitte? Das sieht so aus, als wenn der gleich jemand umbringen will. So, dann mach ich bei mir jetzt kurz nen Cut. Okay, dann machen wir nen kurzen Cut.